So hallo und herzlich willkommen zurück zur hit part nummer 6 immer noch dabei Da ich den spezialladen auszuräumen ich versuche gleich mal so viel zu kaufen wie nur irgendwie geht Ich habe ihn dafür 245 also bis dahin muss ich schon noch was gehen Heldenhafter rubin was macht denn der schönes erhöht an und rein erzählen Okay cool 310 ist das so viel Soll ich mir ihn kaufen Was denn verbliebene schatztruhe Also erstmal hier ganz diese kleinen sachen kaufen So und dann muss ich in das schatztruhen menü gehen so hier das mit hier alle kaufen Ja Du siehst teuer aus Okay Cool Das ausrüsten Okay cool Jetzt gehen wir mal Ähm Was werkstatt Schatztruhen Genau Registrieren Ja In 30 minuten kann ich das nicht öffnen Cool Na ja Guck mal was denn da so rauskommt So auf jeden fall setzen wir das abenteuer jetzt fort 4 2 Kampfbeginn So mal gucken ob meine neue rüstung jetzt hier ein bisschen dicker ist Ich muss mit den ganzen werte zeug ich mal ein bisschen befassen äh befassen So ich hoffe ich lasse es hier nicht wieder irgendwie schatztruhen oder so liegen Okay sieht gut aus Und Magelabens Seele Uh scary Oh da werde ich Apala So her mit dem zeug Victoria So Bisschen gold Bisschen rüstung What the fuck not So aber Wir haben doch noch im letzten gebiet Dich Äh Sireen gesang Okay ist nicht so krank Lass mal lieber Okay weiter geht's Belohnungen Ist alles potenziell Belohnungen Sind das alles potenzielle Belohnungen Sind das alles potenzielle Belohnungen Kann das sein? Ah whatever Aber sowas wie Lebensstau oder so gibt es nicht ganz zufällig oder? Oder Heilung Heilung wäre sick Ich nehme mal absichtlich Schaden Und Ich bin wieder voll Doch offenbar habe ich eine Regenerationsrote Cool Nice Okay jetzt aber ein bisschen Druck hier Ich glaube ich habe keinen Bock hier die Sterne in den Sand zu setzen Zeitlinge Lahamu Ja du bist so gut wie tot Bruder Sorry Easy Easy every time Oh victory Level up Fuck yeah Mhm Mhm Ja Los komm Nächster So Kampfstärke Aha Bestellchance Aha Ist eigentlich überhaupt nichts ne Das Level sagt so gut wie überhaupt nichts aus Das Level sagt so Was ist eigentlich die Platina Shop Open Ähm Ist einfach dieser Komplette Angebotsladen Das möchte ich mir vielleicht auch mal angucken Oh cool So weiter geht's Na toll Huch Zwei Wege Ah Wäre ja auch zu schön gewesen So was wie eine kleine Karte wäre eigentlich ganz cool gewesen Magier Nasenringsseele oh nein Und Rapp Alle nicht Okay cool Also muss im Schlitz immer jetzt vier Level machen so wie es aussieht Äh ja Nächster bitte Wo ist denn der Shop von Platina Ist das Ist das Finde ich das denn Ist das der tolle Angeboteladen Oh Oh 100 Euro Jawohl Warum auch nicht kann man immer machen Komme ich auch wieder zurück Vorteilspark Letzte Chance Alter was sind denn das für Preise Hohohoho Ach du Scheiße Ach du Scheiße Hm Na was solls Ähm Spezialladen Spezialladen Kann ich mir jetzt hier noch irgendwas auf die Schnelle gönnen Abschluss Tickets Ich glaube ich nehme lieber noch Äh nein Dich nicht Ich will nur alles kaufen was mit Gold ist Und das haben wir ja auch gleich Hey Da gönne ich mir noch den Rubin hier Die setze ich noch gleich mein Ding der Waffe ein Äh Ausrüstung Das Ding hier Ah das sieht gut aus Ach ne es habe ich ja keinen Äh Äh Okay Hm Okay verbessern Kann ich Habe ich jetzt mittlerweile schon mal genug shit dafür Oh Ich sehe gerade ist auch die 10 teuer Na egal Scheiß drauf Abenteuer Jetzt habe ich ja Gott sei Dank Gleich Was ist das denn hier Erhöhte Wiederholungsbelohnungen Achso erhalte Okay cool Platines Okay Egal Wir wollen jetzt hier Noch ein bisschen das Gold klar machen Huch Das war es noch gar nicht Okay Jetzt aber Ich meine meine Angriffsfähigkeit ist jetzt ähm Hoch Aber meine äh also ich kann nicht viel Schaden ausländen alles aber selbst wenn ich nicht viel Schaden austeilen würde Ich nehme auf den ganzen Kettnern hier kaum Schaden Ich nehme auf den ganzen Kettnern hier kaum Schaden Der Amt für Amor ist jetzt noch nicht so krass Raubzuggeneral Adnan Dann Wer Cool Nice Okay Duell unter Freuden ist geöffnet Mhm Was ist das wie schönes Na andere Brunnen brauche ich nicht Du hast viel gelernt und Freundschaften geschlossen Nicht wirklich Ich glaube du bist bereit für ein Duell unter Freunden Ich erkläre sie drücke auf den Herausforderungsbutton Du kannst gegen viele Ritter Aha 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 Wo Da Cool Äh Aha 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 17,5 es gibt so viele Abenteuer Dinger What Ich 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 konnte darauf nicht klaren dass ich das ja einfach nicht schaffe Ich Ich schaffe das ja einfach nicht warum schaffe ich das einfach nicht Es muss doch irgendwie gehen Komm schon Komm schon Jetzt aber Komm schon Jetzt aber Ich bin so erledigt Ich bin so erledigt Ich muss mal irgendwie hinbekommen dass ich jedes mal so einen schaden raus Kann Ich 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 Normal scheint ja Doch ein bisschen zu hart zu sein Versuchen wir gleich Gleich clean ich heute erstmal gut Ja, leicht sieht verdammt gut aus Wow, hau zu Combo Alles, easy Cool Nice So ein bisschen was bekommen, cool Alltarium abgeschlossen, das heißt ich kann es nicht mehr pro Tag machen Na gut, dann ist es halt so Äh, okay, clear Ich versuche es noch mit normal Haben wir hier jemanden, der es da eignet Ich will auch den erstbesten, was soll es Komm Wie schwer kann das schon werden Auf normal Oh, so schwer, cool Das Ding hat sich irgendwie mit sich selbst schließen Irgendwie hat es mit sich selbst schließen Kann ich kurz auf die Zeit gucken Interessant Cool Ach, Spiele Was machst du da mit mir Komm schon Ich will jetzt den Altarraum noch schlagen Na los Ähm Da Herausforderung Ich will jetzt den Altarraum schlagen Schwer Das hier ist so komplett leicht und das da ist komplett schwer So, los jetzt Let's do it Bitte schmier jetzt nicht ab Bitte schmier jetzt nicht ab Please no Okay Ach du scheiße Ach du heilige Aber noch geht's Noch ist Oh, komm Jetzt geht gar nicht Wtf 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 Begleiter Du clusterst Oder Oh, Gott Ich bin gestorben Shit Das lässt dann mal schön sein Ja, ja Komm Was soll es Nix zu machen Scheiß draus Okay Was ist denn so Im Sieg Komm Sache Kann ich hier noch Irgendwas mitnehmen Start Okay Okay Easy Okay Cool Weiß noch das alte mal halten Was soll es Aha Aha Seraphim Fehler Nehme ich Okay Jetzt muss ich aber noch mal in den Spezialladen gucken Was fehlt mir denn jetzt noch das abschluss ticket glaube ich das wirklich brauche ich meine fünf level Eigenschein 40 tausend noch nicht so krass viel zu sein Das ist der platina shop scheint so Was ist denn der folgekampf Was ist denn der folgekampf Was was habe ich Achso das spielt Ich ziehe es einfach selber komplett durch Cool Warum auch nicht ne Tja dann mach dein Ding Spiel Mach dein Ding Du ich schaffst doch schon Spiel Easy Ja Bütze beenden Okay cool Wie viel gold fehlen mir jetzt noch 26.000 habe ich das sind ungefähr ein paar level noch Eselstein Yeah Erholte wiederholungsbedingungen Naja gut scheiß drauf Ob ich jetzt diese karten habe ist auch egal glaube ich So dann würde ich sagen Wir haben ja schon wieder ganz gut was geschafft Aber es gibt einfach noch level die kann ich noch nicht packen da muss erst erst viel zeit in der arbeit rein stecken so wie es aussieht aber auf jeden fall Sehen wir uns auf der dann in der nächsten folge wieder Ich werde auch bald mal ne pause machen weil das ist alles irgendwie am tag 2 nach dem ich das spiel entdeckt habe Du bist immer auch dabei hier alles leer zu räumen Der schwiegen Würde ich da auch sagen dass ich immer ne Pause mache Das alles durchlaufen lasse und dann wieder aktuell aufnehme Aber gut Wir sind jetzt auf jeden Fall im nächsten Part und Bis dahin 5 Vielen Dank.